Theoretisch sollte man, glaube ich, hier nach unten fahren, aber ich versuche das jetzt mal nach oben. Ist ja natürlich, da brauchen wir ein bisschen mehr Skill, ja. Wie man das hier sehen. Ach nee, bleib auf der Linie, Eisler. Okay, ähm. Ich habe gedacht, fahre schnell und bleib auf der Straße. So war das Zeichen eigentlich, aber dann war es doch nicht so. Ah, das erfährt ja fast vor.